So, ich mach auch sofort weiter, weil ich habe gerade so richtig viel Zeit, weil heute mein freier Tag ist. Und ja, nö, kann mir gar keiner klopfen. So, einfach mal hier den. Äh, ich hab bald nur noch nicht zu verstanden. Ich fahr jetzt mal zu Joey und vielleicht weiß gar nicht, ob ich drinnen soll. Oder ich suche nach dem Dings. Neee. Ja, okay. Ich bin gar nicht. Alter, ich bin gar nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was inne wäre gleich. Oh nein. Ich bin gar nicht. Oh nein. Oh, das hört sich nicht mal toll an. Zunächst ist es schon der Todpassagier. Oh, das hört sich nicht mal. www.hiphophoney.com 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 www.hiphophoney.com